Den ersten Trickshot zeigt uns Oliver Sequenz, seines Zeichens Moderator beim TV-Sender SkySport News HD. Dass Oli sein Fach nicht nur vor der Kamera beherrscht, sondern auch auf der Range demonstriert er uns hier eindrucksvoll. Perfekte Endposition inklusive. Was Rechts- und Linkshänder gleichzeitig zustande bekommen, demonstrieren Julia und Pia von der Bertolt Brecht Schule aus Nürnberg. Simultan pitchen, ohne Berührungsängste. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, es sei denn, ihr habt ein ähnlich gutes Schwunggefühl wie die beiden. Wo ist der Ball? Ach da, Moritz Hänsel aus dem Golfclub Hanau. Wilhelms Blatt zaubert die Kugel aus dem Schultergelenk. Schönes Ding und schöner Trickshot. Kurt und Karl Willwock spielen ein Doppel. Karl schippt und Kurt trifft. Kein Wunder, mit 13 Jahren hat Kurt ein Handicap von 1,8. Im nächsten Jahr freut sich darüber der Jugendwart des GC-Stolpe. Da spielt Kurt nämlich in der nächsten Saison.